So, dann machen wir mit der nächsten Map, dann auch weiter. Ein Imp. Ein Imp. Okay, das ist die rote Tür, wahrscheinlich. So, eigentlich da rum. Der Typ steht da oben. 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 Ach da. Ja. Ist das Ding gerade abgehauen? Ja. Und was war. Ja. 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 Und lass hier mich... Einmal hier hinten runterfallen... Da haben wir einen Kerl... Alter... Ich werde nur an so einer Scheiße gestirben, Alter... So eine Scheiße... Ja, richtig... Alter... Da haben wir einen Kerl... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was hat er denn... Und dann kommt der Kuss Und dann kommt der Kuss Und dann kommt der Kuss 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 Wo denn? Boah, ich habe einen Super-Trupp hinter! Ach, okay war ich schon Du hast die Schruppchen und so, achso Da wollte ich eigentlich nicht hin Ich will eigentlich... Hallo? Ach da Er wollte ich ja nicht haben Äh, Ausgang Upp Das fang mal hier runter Rot, blau Da Exit Exit Äh, übersprach ich... Den ersten einfach... Den ersten einfach... Äh, die Codes kann man sich dem Netz raussuchen Dann kann ich auch dann wahrscheinlich gucke ich einfach nach den Codes in den Level und Und gebt den in die Secrets Level rein Und... 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 Ich bedanke mich für's zugucken für Level 2 Und wir werden uns dann gleich in Level... 3 wiedersehen... Hier bei Doom... 64 Und... Und...